Das BFI Niederösterreich, einer der führenden Bildungsanbieter des Landes. Über 50 Jahre Erfahrung am Bildungsmarkt und die Erfolgszahlen sprechen für sich. Mehr als 18.000 Teilnehmer nutzen jedes Jahr die Chance und bieten sich in rund 2.400 Schulungsmaßnahmen weiter. 200 Mitarbeiter sowie 500 freiberufliche Trainer sorgen für einen erfolgreichen Kursbetrieb. Als Bildungsinstitut der Arbeiterkammer Niederösterreich und des ÖGB ist das BFI ein sozialer und beständiger Bildungspartner, der für die Arbeitnehmer in Niederösterreich tätig ist. Ziel des BFI ist es, einen uneingeschränkten Bildungszugang zu ermöglichen, sowie die Kursangebote zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. An über 170 Kursstandorten stehen 270 Räumlichkeiten für qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildungsangebote zur Verfügung. Das flächendeckende Bildungsnetzwerk wird laufend ausgebaut. Das BFI Niederösterreich hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten zum wichtigsten Bildungsinstitut eigentlich entwickelt. Wir sind der größte Bildungsanbieter Niederösterreichs, haben natürlich sehr, sehr viel investiert. Nicht nur im Bereich der Qualifikation, was wichtig ist, sondern natürlich in den dazugehörigen Einrichtungen. Erst 2012 wurde das Bildungs- und Kompetenzzentrum in Wiener Neustadt feierlich eröffnet. Es beinhaltet die Landesgeschäftsstelle, das Service Center sowie das berufliche Kompetenzzentrum. Auch zahlreiche andere Standorte wurden in den vergangenen Jahren aufgrund des hohen Bedarfes erweitert. Das umfassende Bildungsprogramm bietet für alle interessierten Personen das richtige Angebot. Qualitativ hochwertige Ausbildungen mit anerkannten Abschlüssen garantieren den Kunden den höchsten Bildungsstandard. Die Lerninhalte werden stets auf die aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes abgestimmt. Das Erfolgsgeheimnis ist zum einen das Engagement und der Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und zum anderen natürlich auch, dass wir immer versuchen, uns auch ständig weiterzuentwickeln und damit immer auch am Ball bleiben. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele neue Ausbildungsformen, neue Kurse angeboten und versuchen hier immer auch das Bestmögliche, die qualitativ hochwertigste Ausbildung anzubieten. Welche Rolle heutzutage die Erwachsenenbildung spielt, zeigen die jährlich steigenden Teilnehmerzahlen in diesem Bereich. Pro Jahr machen bei uns hier im BFI Niederösterreich rund 2000 Menschen die Berufsreifeprüfung, die Matura für Erwachsene. Und das ist eine Zahl, die ja kaum vorstellbar ist. Und wir haben eine Erfolgsquote von 90 Prozent. Auch im Bereich der Technik hat sich das BFI Niederösterreich in den vergangenen Jahren als Qualitätsanbieter profiliert. In speziell eingerichteten Ausbildungszentren werden auf höchstem Niveau Facharbeiter in den Bereichen Elektro, Holz und Metall ausgebildet. Außerdem werden diverse technisch-handwerkliche Kurse zur Weiterbildung angeboten, wie etwa in der Werkmeisterschule. Die Ausbildung zum Werkmeister zur Werkmeisterin ermöglicht speziell im technisch-handwerklichen Industriebereich natürlich eine Höherqualifizierung als Führungskraft. Man verdient natürlich etwas besser, das heißt es gibt eine Höherstufung im Kollektivvertrag. Man hat natürlich auch bessere Karrierechancen. Im Grunde genommen ist der Werkmeister genau das, wonach die Industrie und die Wirtschaft eigentlich jeden Tag ruft. In der Jugendausbildung stellt das Arbeitsmarktservice einen wichtigen Bildungspartner des BFI dar. Die gemeinsamen Projekte Job4U, die überbetriebliche Lehrausbildung sowie die überbetrieblichen Lehrwerkstätten bilden wichtige Perspektiven für viele Jugendliche ohne Ausbildungsplatz. Ob Jugend- oder Erwachsenenbildung, ob Ausbildung oder Höherqualifizierung, Auch in den kommenden Jahren werden es vor allem folgende Faktoren sein, die das BFI Niederösterreich auszeichnen. Innovation, Engagement und Motivation. Die 50-jährige Erfolgsgeschichte des BFI soll weitergeschrieben werden, damit die Kursteilnehmer auch in Zukunft einen starken Partner an ihrer Seite finden. Das BFI Niederösterreich. Weiterbildung mit den Besten.